Wir möchten Sie informieren über die Ergebnisse unserer Klausurtagen des Landesvorstandes am vergangenen Wochenende. Sie wissen ja, dass kurz vor der Sommerpause ein neuer Landesvorstand der Grünen gewählt wurde, mit uns beiden als neuen Vorsitzenden, aber auch mit dem insgesamt auch neuen Team. Und wir sind jetzt in Klausurtagen gegangen, um sozusagen die Perspektiven der Grünen in Nordrhein-Westfalen für die nächsten Monate und vor allem auf Jahre zu diskutieren. Und wir haben als erstes die Lage der Parteien diskutiert und bewertet. Und wie es natürlich, das können Sie sich vorstellen, auf Grundlage auch der Umfragewerte hervorragend. Wir erleben also wirklich bundesweit, auch in verschiedenen Bundesländern, eine grüne Welle mit Umfragewerten in Berlin von 28 Prozent, von Baden-Württemberg mit 27 Prozent. Und wir haben das diskutiert, auch nochmal wissenschaftlich angeschaut, was da sozusagen auch die Umfrageinstitute und die Meinungsforschungsinstitute zu sagen. Und wir haben vor allem zwei Gründe herausgefunden, weswegen das nun ist. Nämlich erstens natürlich, dass unser Politikangebot, unsere Inhalte auch mittlerweile sehr breite gesellschaftliche Schichten auch erreicht und überzeugt. Und zweitens aber auch, dass offensichtlich unser Politikstil auch überzeugt. Wir leben ja in Zeiten, wo die selbsternannten bürgerlichen Parteien und die selbsternannte bürgerliche Koalition eher zum Bürgerschreck geworden ist. Zum Bürgerschreck, was sowohl die Inhalte angeht, da werden wir gleich nochmal natürlich zur Energiepolitik auch kommen, aber auch zum Bürgerschreck, was den Umgang untereinander angeht. Und in diesen Zeiten stehen Grüne offensichtlich für Glaubwürdigkeit und für Verlässlichkeit. Und das haben wir, wie gesagt, auch nochmal wissenschaftlich angeschaut, dass Menschen uns deswegen auch unterstützen und wählen, weil wir offensichtlich eine Partei sind, die starke Überzeugungen hat, ohne aber ideologisch zu sein. Und wir eine Partei sind, die auch bis übermorgen auch weiterdenkt und trotzdem auch in der Lage sind, aber heute und morgen auch realistische Konzepte, die auch wirklich verlässlich sind, auch anzugucken. Das spiegelt sich auch in unseren Mitgliederzahlen wieder. Wir haben mittlerweile in Nordrhein-Westfalen um die 11.400 Mitglieder. Das ist der höchste Stand, den wir seit 1999 haben. 1999 war der absolute Höhepunkt und wir sind sozusagen jetzt quasi wieder dabei, auch diesen Höhepunkt zu erreichen und dann hoffentlich auch in Zukunft zu übertreffen. Und unsere Stärke, das haben wir auch nochmal analysiert, ist natürlich selbstverständlich die kommunale Verankerung vor Ort, unsere starken kommunalen Rechtsfraktion, unsere starken Orts- und Kreisverbände und die werden wir von Landesseite aus natürlich auch selbstverständlich dabei unterstützen, diesen gestiegenen Anforderungen, die eben auch diese Umfragewerte und diese neue Rolle auch mit sich bringen, auch vor Ort auch gut wahrzunehmen. Das zweite Thema, das wir diskutiert haben, das passt eigentlich auch sehr gut sozusagen zu dieser Rolle auch dazu, ist natürlich der Staat der Minderheitsregierung, den Nordrhein-Westfalen. Diese Rolle, die wir als Grüne auch haben, nämlich da auch als verlässliche Kraft auch wahrgenommen zu werden, werden wir selbstverständlich auch in dieser Minderheitsregierung auch spielen. Wir wollen auch als Landesvorstand ganz deutlich diese Minderheitsregierung auch stärken und wirklich zu einem Modell auch machen, was erfolgreich verläuft, was auch wirklich auf fünf Jahre angelegt ist, was fünf Jahre auch hält, weil wir auch damit auch die Erwartung verbinden, dass das ein Stück weit auch die Parteiendemokratie auch hier in Nordrhein-Westfalen auch verändert. Wenn eine Regierung keine automatischen Mehrheit im Parlament hat, ist sie natürlich auch noch angewiesen, auch sehr viel stärker nochmal für ihre Konzepte und für ihre Ideen, für Gesetzesentwürfe auch zu werfen, sehr viel stärker auch nochmal, ob andere Parteien auch zuzugehen. Und wir haben auch die feste Überzeugung, dass wenn das auch wirklich gelingt, dass auch ein Stück weit auch, ich sag mal, das Misstrauen der Bürgerinnen und Bürger gegenüber den Parteien auch ein Stück weit überwunsen wird, dass also nicht mehr die, sag ich mal, erlernten, etablierten Kampfrituale zwischen den Parteien im Mittelpunkt stehen, sondern auch wirklich das Arbeiten an der Sache. Und wir finden eben damit auch die Hoffnung, dass auch in gewisser Weise auch diese Parteiendistanz, die wir ja haben, die ja erwiesen auch ist, ein Stück weit auch überwinden können. Das heißt, wir werden als Partei, als Landesvorstand, als Landesvorsitzende sehr aktiv auch daran mitarbeiten, dass diese Minderheitsregierung erfolgreich verläuft und werden auch in den nächsten Wochen und Monaten dort auch auf die anderen Parteien auch zugehen, also auf Ebene der Landesvorsitzenden, dort Gespräche führen. Wir werden Gespräche führen mit dem FDP-Landesvorsitzenden, wir werden Gespräche führen mit den Linksparteilandessprechern und wir werden auch Gespräche führen, selbstverständlich, mit dem neuen CDU-Landesvorsitzenden, so wenn er gekürt ist und dort auch eben versuchen auszuloten, was auch gemeinsam auch möglich ist, hier im Land auch gemeinsam zu bewegen. Und wir werden auch im Rahmen einer Dialogtour, das ist das, was wir gestern auch schon beschlossen haben, durchs Land reisen und jetzt wirklich ein halbes Jahr, ein dreiviertel Jahr sehr viel im Land unterwegs sein und mit gesellschaftlichen Akteuren, mit Verbänden, mit Gewerkschaften, Initiativen das Gespräch suchen und sehen uns als Grüne auch da in der Rolle des, ich sag mal, des ehrlichen Maklers zwischen den Interessen, die die Bürgerinnen und Bürger, die die Verbände auch haben und den Parteien auch hier im Land. Das ist auch eine Rolle, die wir auch sehr aktiv gerne besetzen würden. Vielleicht zum Schluss der Gedanke nochmal, wir sind fest überzeugt, dass dieses Modell Minderheitsregierung gelingen kann, dass es auch wirklich gelingen kann, auch breite Bündnisse, gesellschaftlich, aber auch politisch zu schließen. Vielleicht nochmal ein sehr konkretes Beispiel, wir werden ja jetzt in Kürze im Landtag den Antrag, der eingebracht wurde von SPD und Grünen, zur Inklusion, also zu Recht für Kinder mit Behinderung, auch inklusive, auch gemeinsame Beschulung, auch diskutieren und verabschieden. Wir sind da wirklich der Hoffnung, dass dort auch gelingen kann, ein breites Bündnis von CDU bis Linkspartei auch hinzubekommen, dass da wirklich auch ein gemeinsames Signal ausgeht, dass in solchen Fragen, wo wirklich die Sache im Vordergrund steht, auch wirklich Gemeinschaftlichkeit im Vordergrund stehen kann und es auch gemeinsam gelingen kann, solche Anträge auch zu verabschieden. Die Untersuchungen der Landtagswahl zeigen uns, dass das möglich ist. Noch nicht einmal die Hälfte der Wähler der CDU hat die CDU deswegen gewählt, um zum Beispiel Rot-Grün-Rot zu verhindern. Das heißt, die Wähler der CDU sind da offensichtlich wirklich an Problemlösungen, an Sachfragen interessiert und nicht an Ideologie. Und das finde ich einen wunderbaren Punkt, wo man auch anknüpfen könnte, um da eben im Landtag auch gemeinsam mit Behinderung zu schließen. Jetzt würde ich übergeben an meine Kollegin Monika Dücker, die nochmal sehr viel stärker, als ich das jetzt gemacht habe, auch wirklich auf die Themen eingeht, die wir auch als Landesforscher auch ganz bewusst aufsetzen werden. Ja, danke Sven. Unsere 100 Tage, ich habe gerade überlegt, es sind glaube ich bald 100 Tage, die wir zusammen im Amt sind. Also wir können das Modell der Doppelspitze nach diesen 100 Tagen gerne auch anderen Parteien empfehlen. Und wenn die CDU sich nicht einigt zwischen Herrn Wotkin oder Herrn Laschet, sollte es vielleicht nur mit unserem grünen Modell versuchen. Bei uns glaubt das hervorragend. Wir haben einen guten Start hingelegt als neuen Landesvorstand, auch mit einem neuen Team, was die Beisitzerinnen und Beisitzer angeht. Auch die strategische Aufstellung in der Minderheitsregierung, die Rolle der Partei hat der Kollege Sven Lehmann hingewiesen. Ich würde gerne nochmal die Themen benötigen, die für uns als Partei in den nächsten Monaten relevant sind und die wir setzen wollen. Natürlich werden wir die Regierung begleiten, diese Minderheitsregierung versuchen, auch mit dem, was wir als Partei können, sie zu stützen. Aber die Rolle einer Partei, denke ich, geht über das Regierungsbegleitengeschäft hinaus. Also eine Partei hat eben mehr Aufgaben, als nur die Regierung zu begleiten oder eine Wahlkampfvorbereitungsorganisation zu sein. Und ich glaube, dass alle Parteien, wenn man sich anguckt, dass wir da ja auch durchaus einen Substanzverlust, was das Vertrauen der Menschen in die Parteiendemokratie angeht, dass wir auch als alle Parteien sich da auch nochmal ihrem Verfassungsrechtlichen Auftrag bewusst werden sollen, da ja auch über den Tag hinaus Politikangebote, Problemlösungskonzepte vorzustellen und gesellschaftliche Debatten zu initiieren. Das haben wir uns vorgenommen. Ich will Ihnen da drei Themen vorstellen, die sich auch anknüpfend an die strategische Überlegung durchaus nicht als Regierungsthemen verstehen, sondern durchaus als Themen, die auch in breiten gesellschaftlichen Bündnissen unter Umständen da auch finden können. Das erste Thema, das wichtig ist im Zusammenhang, Zusammenhalt der Gesellschaft, die Integrationspolitik. Ich glaube, dass gerade in der Integrationspolitik wir einen neuen gesellschaftlichen Konsens brauchen. Wir nehmen diese Rückmeldungen auf die Sarrazin-Debatte aus der Bevölkerung sehr ernst, dass es dort Ängste gibt in der Bevölkerung, dass es zum Teil Befürchtungen gibt, die rational sind, aber eben auch begründet sind. Und neben den gefühlten Problemen haben wir ja auch faktische Integrationsdefizite, da muss man nicht drum herum reden. Der Bildungsstand, das ist das Hauptproblem der Migrantengesellschaft, das heißt der zweiten oder auch der dritten Einwanderergeneration haben wir Bildungsdefizite, die aber eben nicht nur mit ihrem Status, und das muss man immer wieder betonen, nicht nur mit ihrem Status des Migranten, der Einwanderungskind zu sein, sondern einfach auch ein Schichtproblem ist. Das heißt, wir haben ein Bildungsproblem in unserer Gesellschaft, dass der sozioökonomische Stand der Eltern entscheidet, was für Bilder die Kinder haben. Und das muss aufgebrochen werden, und da ist natürlich ein Teil der Einwanderungsgesellschaft auch mit von betroffen. Das heißt, wir wollen bei der Integrationspolitik nicht wegschauen, aber eben nicht in Form von Diskriminierung und Ausgrenzung daran gehen, sondern im Dialog. Wir haben vor, hier auch auf Parteiebene ein Forum Integration anzubieten, in dem sich alle gesellschaftlichen Akteure einbringen können. Und da spreche ich ganz bewusst auch Herrn Laschet an, der da ja jetzt ein bisschen, habe ich das Gefühl, von seiner Politik der Anerkennung auch, und nicht nur der Ausgrenzung, die wir ja auch brauchen in der Integrationspolitik, Klammer auf, Es ist kein Wunder, dass wir zu einem Auswanderungsland werden und eigentlich kein Einwanderungsland mehr sind. Es verlassen mehr Deutsche Deutschland, als wir Einwanderer haben, Klammer zu. Dass Herr Laschet da ja auch Zeichen gesetzt hat, genauso wie Rot-Grün vorher mit der Integrationsoffensive hier im Landtag Zeichen gesetzt hat, dass es geht, in einem gesellschaftlichen Konsens die Probleme, die wir haben, anzugehen, aber eben auch in einer Kultur der Anerkennung und nicht mit Diskriminierung und Ausgrenzung zu arbeiten. Das wollen wir auf Parteiebene begleiten. Wir haben einen sehr aktiven Arbeitskreis Muslime bei den Grünen. Da haben wir, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland, dass sich bei uns Muslime, Grüne, Muslime zusammentun, um über das Thema Islam zu diskutieren. Wie kann die Integration des Islams gelingen? Da sind auch programmatische Vorarbeiten und das wollen wir eben auch und gerade mit der CDU versuchen, hier in den Dialog zu treten und wie gesagt mit allen gesellschaftlichen Akteuren. Zweites großes Thema, was natürlich für uns jetzt aktuell ansteht, ist die Atompolitik, die Energiepolitik der Bundesregierung, die gerade für uns als Land NRW eine große Relevanz hat, denn wir sind ein Energieland. Und das sage ich auch ganz bewusst als Grüne, dass diese Verlängerung der Laufzeiten dem Industrie- und dem Energieland NRW großen Schaden zufügt. Und ich will es begründen, dieser Schaden, der uns zugefügt wird, ist, wir haben eine Energiewende im Koalitionsvertrag vereinbart. Wir wollen die Uhren konsequent umstellen auf Klimaschutz und auf den Ausbau erneuerbarer Energien, auf Energieeffizienz, auf dezentrale Lösungen, auf Kraft-Wärme-Koppelung. Sie kennen unser Programm. Wenn hier die Laufzeitverlängerungen so beschlossen werden, wie sie geplant sind, wird allen Akteuren, die in diesem Konzept mitmachen, ich nenne insbesondere die Stadtwerke, die Kalkulationsgrundlage für ihre Investitionen entzogen werden. Die haben sich auf 2020, 2021 eingestellt. Und diese Kalkulationsgrundlage, die ihnen entzogen wird, heißt, dass hier Investitionen in Nordrhein-Westfalen, in kluge, dezentrale, neue Energiekonzepte, die, wenn wir über eine Brücke zu den Erneuerbaren reden, hier liegt in solchen Konzepten, dass diese Investitionen hier nicht mehr getätigt werden. Das heißt, die Investitionen der Stadtwerke bleiben ja zu 80, 90 Prozent in der Region und stützen hier auch unseren Mittelstand und unsere Wirtschaft. Und der zweite Effekt, negative Effekt fürs Land sind enorme Gewerbesteuerausfälle bei den Kommunen, die auch jetzt auf 300 bis 400 Millionen schon bezifferbar sind. Das sind geschätzte Zahlen, aber da kommen Größenordnungen auf die Kommunen zu. Das heißt, diese Lobbypolitik, die da in Berlin betrieben wird, Es ist eben nicht nur wie bei den Hoteliers, dass da ein finanzieller Schaden durch entsteht, sondern hier wird zu Lasten des Klimas, zu Lasten der Nachfolge der Generation und vor allen Dingen hier aus Landessicht zu Lasten unseres Wirtschaftsstandortes hier und der Kommunen Politik betrieben. Das heißt, wir werden sehr aktiv an der Demo am 18. beteiligen. Wir sind beide vor Ort und wir werden auch, so wie die Mobilisierung zeigt, mit einem ganz großen nordrhein-westfälischen grünen Block, sag ich mal, der grüne Block NRW, wird sich aktiv an den Protesten am Wochenende beteiligen. Letztes Thema, aber ein ganz wichtiges, zentrales, bei dem sich viel weggeducht wird, und das wollen wir bewusst als Partei mal nicht tun, das ist, was bedeutet für uns Grüne eine nachhaltige Haushalts- und Finanzpolitik. Und zwar jetzt nicht, dass wir als Partei übernehmen wollen, das ist Regierungsgeschäft, hier Haushaltsplanberatung parallel durchzuführen. Nein, das wollen wir nicht, sondern wir wollen mal grundsätzlich über den Tag hinaus auf das Verhältnis in unserem Gesamtgefüge Bund, Länder, Kommunen gucken, was die Finanzverteilung angeht. Und da glauben wir, ist wirklich einiges im Wagen, insbesondere was das Verhältnis des Bundes zu den Ländern und zu den Kommunen betrifft. Es gibt etliche Beispiele, ich nenne sie nur stichwortartig, das ist der Ausbau der Kindertagesstätten, wo der Bund bedeutliche Unterfinanzierung im U3-Bereich hat, das Wissen auf den Zuständen, Minister, das wird auf Kosten der Kommunen gehen und auch auf Kosten der Länder. Ich brauche Ihnen nicht die Stichworte zu sagen, Wachstumsbeschleunigungsgesetz, 800 Millionen für das Land NRW, das gesamte Sparpaket, was jetzt beschlossen wird, wird uns richtig Geld kosten. Und last but not least, ich habe es gerade gesagt, die Energiepolitik wird auch für uns zu Einnahmeauswählen führen. Das heißt, wir wollen uns diese Architektur, die Finanzarchitektur Bundesländer-Tribunen anschauen und da auch diskutieren, wie wir da strukturell weiterkommen und da auch aus der Schuldenfalle finden. Und jetzt nicht im Sinne einer kurzfristigen Sparpolitik, sondern in einer langfristigen Strukturpolitik, was diese Finanzarchitektur in unserem Land angeht. Drei Themen, die wir in den nächsten Monaten angehen wollen. Ja, und ich glaube, da muss man ganz viel mehr mit Freude sein. Das ist richtig, ich freue.